Ein Smartphone ist ein kleiner Computer, mit dem Sie Fotos aufnehmen können, Videos machen können und mit dem Sie natürlich auch telefonieren können. Was toll ist, so ein Smartphone ist viel leichter und praktischer unterwegs als Ihr Notebook. Um die Akkulaufzeit noch etwas zu optimieren, möchte ich Ihnen einfach ein paar Tipps geben. Wenn wir jetzt auf den Homescreen schauen, sehen wir natürlich dieses schöne große leuchtende Display. Was Arcos gemacht hat, bei vielen Modellen gibt es eine automatische Helligkeit. Viele Modelle sind auch mit ganz tollen Technologien ausgestattet, wie Bluetooth, GPS, WLAN. Die Frage ist jetzt, brauche ich das alles zur gleichen Zeit? Und so können Sie Energie sparen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Benachrichtigung öffne, ein Fingerstrich nach unten, dann sehe ich, WLAN ist aktiv, Bluetooth ist aktiv, GPS ist aktiv, die Helligkeit ist voll und ich kann sogar noch drehen. Da gibt es jetzt schon mal die Möglichkeit, das Ganze zu optimieren. Zu Hause kann ich kostengünstig über meinen WLAN surfen, aber wenn ich mobil unterwegs bin, dann bin ich außerhalb der Reichweite. Also was machen wir? Wir schalten das WLAN einfach aus. Schon sparen wir etwas an Energie. Dann sehe ich gerade, Bluetooth ist noch eingeschaltet. Wenn ich im Auto unterwegs bin, ist das super. Das Telefon kann sich mit meiner Freisprechfunktion vom Auto per Bluetooth zum Beispiel verbinden. Wenn ich jetzt aber einfach mit dem Fahrer unterwegs bin und ich habe eigentlich gar nichts mit Bluetooth dabei oder ich gehe spazieren, was machen wir? Wir können Bluetooth auch einfach ausschalten und schon wieder sparen wir etwas an Energie. Dann sehe ich jetzt hier auch, dass GPS noch eingeschaltet ist. Das ist super, dass das Handy mich orten kann, mir zeigen kann, wo ich bin. Aber brauche ich das aktuell? Eigentlich nicht. Also schalten wir das aus. Ich kann es ja ganz einfach einschalten in dem Moment, wo ich es benötige. Die Pfeile hier stehen für die mobilen Daten. Ist ganz klar, ich bin unterwegs. Das möchte ich schon ganz gerne empfangen. Ich kann auch entscheiden, brauche ich beide SIM-Karten? Müssen beide erreichbar sein? Wenn nicht, zum Beispiel die geschäftliche. Warum soll ich in meinem Feierabend noch beruflich erreichbar sein? Also deaktiviere ich die Karte, spare ich wieder etwas Strom. Zu guter Letzt haben wir natürlich auch unser schönes, großes, leuchtendes Display. Und das verbraucht natürlich auch die meiste Energie. Ganz klar, das ist beim Notebook nicht anders. Und da kann ich jetzt hier zum Beispiel bei unserem 53 Platinum, kann ich die Helligkeit auch auf Automatik stellen. Das heißt, das Gerät hat hier oben einen Lichtsensor und misst ganz einfach, wie hell muss ich sein? Möchten Sie denn abends im Bett von Ihrem Smartphone angestrahlt werden? Nein, das soll sich doch ein bisschen dimmen. Und mit der Automatik geht das. So kann ich dann erreichen, dass ich gut sehen kann, aber wenig Strom verbrauche. Das sind schon mal ein paar Möglichkeiten. Dann hatte ich mal erwähnt, dass es ja diesen Task Manager gibt. Das heißt, ich kann so viele Apps parallel laufen lassen. Die Smartphones haben so eine tolle Leistung dafür. Aber müssen denn alle aktiv sein im Hintergrund? Müssen denn alle auch mit dem Internet funken? Nein. Also starte ich den Task Manager, doppelklick auf das Häuschen und schmeiße einfach diese ganzen Apps raus, im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich die zur Seite nehme und beende die und spare dementsprechend Leistung für meine Prozessoren, die da drin sind. Das alles zusammen gibt mir schon mal die Möglichkeiten, meinen Akkuverbrauch zu optimieren. Wenn Sie einen Blick in die Systemeinstellungen werfen, finden Sie im Punkt Display nochmal die Möglichkeiten mit der Helligkeit. Sie haben hier auch die Möglichkeit einzustellen, wann sollte mein Smartphone in Ruhe Zustand gehen. Wenn ich mit meinem Smartphone gearbeitet habe und ich lege es einfach zur Seite und vergesse, hier den Power-Schalter zu drücken, dass das Display ausgeschaltet wird, dass es in den Standby geht, dann gibt es hier die Möglichkeiten, diesen Standby, diesen Ruhezustand nach Zeit zu aktivieren. Der steht jetzt hier gerade auf 30 Minuten. Ich klicke mal drauf. Das kann ich auf 15 Sekunden, 30 Sekunden, also für mich persönlich so einstellen. Ich mag es am liebsten so nach zwei Minuten spätestens, dann erlischt das Display und das Smartphone ist im Standby und spart so auch wieder automatisch Energie. Um sich über den Energieverbrauch auch ein bisschen zu erkundigen, gibt es hier im Menü auch den Menüpunkt Akku. Einmal draufklicken und dann wird ihn aufgelistet. Wer sind denn hier so die größten Verbraucher? Und da sieht man halt auch Mobilfunk. Ist klar, wir haben zwei Telefone integriert für zwei Karten. Ist ein bisschen mehr als der Bildschirm, aber man kann mal gucken, was braucht denn eigentlich Energie? Was könnte ich da noch optimieren? Das waren jetzt halt eine ganze Menge an Tipps. Probieren Sie es einfach aus. Die Arco-Smartphones haben generell einen Power-Akku. Sie können da locker zwei Tage damit arbeiten. Das ist ganz normal für ein Smartphone und mit den Tipps können Sie das Ganze natürlich auch noch verlängern.